Wir kommen jetzt hier zum Flugplatz Wangen. Das ist ein kleiner Flugplatz. Von hier starten verschiedene Maschinen. Ein-Motorigen, zwei-Motorigen oder Propellermaschinen, die entweder einen kleinen Alpenrundflug machen oder bis auch ins Berner Oberland fliegen. Was hier ganz speziell ist, dass man ab und zu am Montag auch hier zuschauen kann, wie die Patroy Suisse trainiert. Es lohnt sich also mal an einem Montag an Oberset zu kommen.